Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gleich zu Beginn. Wir brauchen gar nicht darum herumzureden. Der von Automobilherstellern begangene Betrug, Tricksereien und Täuschungen durch die Verwendung von verbotenen Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigung ist überhaupt nicht stark genug zu kritisieren. Das hat einen solchen Vertrauensverlust, insbesondere die für unser Land so wichtige Automobilindustrie, herbeigeführt, wie wir es eigentlich, jedenfalls mit Blick auf die Automobilindustrie, in der Vergangenheit noch nie zu verzeichnen hatten. Ich bin besonders erschüttert darüber, dass das nicht nur – das ist heute verschiedentlich angesprochen worden – zu einer enormen Verunsicherung bei den Eigentümern von Kraftfahrzeugen geführt hat, sondern eben auch – ich komme wie mein Vorredner aus der Unionsfraktion, Uwe Lagoski aus dem Braunschweiger Land – zu einer dramatischen Verunsicherung bei Beschäftigten. Nicht nur in meiner Heimatregion, aber eben auch gerade dort. Bei Volkswagen sind in Niedersachsen über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, und eine noch größere Zahl ist bei den Zulieferern in Lohn und Brot, und die sind tatsächlich schwer verunsichert worden. Meine Damen und Herren, im Übrigen, das will ich noch mal sagen, nicht nur als Lokalpatriot, es geht nicht nur um Volkswagen. Es ist verschiedentlich angesprochen worden. Es gab vormals in Südeuropa ansässige Automobilhersteller, die mit Zeitschaltuhren – um das mal ganz vereinfacht auszudrücken – gearbeitet haben und dann nach einer gewissen Zeit von 22 Minuten die Abgasreinigung weggeschaltet haben. Andere arbeiteten mit sehr fragwürdigen Temperaturfenstern. Das ist am Rande schon angesprochen worden. Damit will ich, wie gesagt, das dramatische Fehlverhalten von Volkswagen nicht relativieren. Ich will allerdings sagen, das Problem ist deutlich größer, und wir müssen dort auch auf internationale Automobilhersteller einen Blick haben. Es gab bei der Arbeit des Untersuchungsausschusses einige Besonderheiten, die mir in Erinnerung geblieben sind. Also, ich habe noch mal eben kurz überlegt, eigentlich eine besonders sachkundige Einordnung von einer Vielzahl von Zeugen und Sachverständigen. Das war beeindruckend. In dem Zusammenhang muss ich sagen, das war deswegen beeindruckend, weil es eben auch mal eine gewisse Einordnung von Schadstoffen und deren Auswirkungen, gesundheitsschädlichen Auswirkungen, vorgenommen hat. Die sind wichtig gewesen. Das hat dazu geführt, dass sich zum Beispiel heute abenteuerliche Vorwürfe, die der Kollege Krischer noch in der letzten Debatte hier eingeführt hat, nicht mehr gehört habe. Ich sehe also zum einen Video mitgeschnittene Gespräche mit einzelnen Abgeordneten Ihrer Fraktion durch andere Vertreter führen zu einer Teileinsicht, und auch solche Debatten, die wir hier versuchen, sachlich zu führen, führen zu einer gewissen Bewegung bei Ihnen. Ich bin trotzdem schwacher Hoffnung, um das mal so zu sagen, weil wir auf der anderen Seite eine weitere bemerkenswerte Situation haben. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Wir wären etwas schneller in dem Ausschuss vorangekommen, wenn nicht beispielsweise der Kollege Krischer regelmäßig mit Verdrehung und Unterstellung sowohl bei Zeugen wie auch bei Sachverständigen versucht hätte, seinen Begriff des Staatsversagens in den Mund zu legen. Er wurde nicht nur einmal, er wurde nicht nur zehnmal, er wurde 20-, 30-mal von denjenigen korrigiert und gesagt, bleiben Sie bitte bei der Wahrheit, Herr Krischer. Das ist eigentlich die Auffassung, die heute an Sie erinnert. Was ist mir noch in Erinnerung geblieben? Mir ist in Erinnerung geblieben ein vormaliger Vorstandsvorsitzender eines Automobilherstellers, der sich plötzlich an gar nichts mehr erinnerte und auch meinte, für eigentlich gar nicht so richtig verantwortlich zu sein. Der aber von nicht unerheblichen Abschlusszahlungen in Millionengrößenordnung profitiert hat. Und eine zweite Person ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist, es geht ja auch um Verknüpfung von Staat und Automobilindustrie, gibt es einen markanten Fall, Volkswagen. Das ist der Präsidiumsmitglied eines Aufsichtsrates in der Automobilindustrie. Der ist zugleich auch Ministerpräsident in Niedersachsen. Ich sage noch. Der schilderte, wie ihn der Skandal erreicht hat. Er hat davon bei der Tagesschau am Samstagabend erfahren und er hat uns dann ziemlich präzise und wirklich entwaffnend gesagt, was er gemacht hat. Zwei Tage lang gar nichts. Er hat uns gesagt, er ist auf dem Wurfer sitzen geblieben. Und das ist ein Aufsichtsratsmitglied im Präsidium des Aufsichtsrates, von dem 100 000 Beschäftigte in seinem eigenen Bundesland abhängig sind. Eine schiere Katastrophe. Was ist mir allerdings auch in Erinnerung geblieben? Mir ist in Erinnerung geblieben, dass wir bei einem Zeugen, einem der beiden Kronzeugen, ich nenne es jetzt mal mit Blick auf Linke und Grüne, Kronzeugen der Anklage wegen vollständiger Erschöpfung, Verwirrung und widersprüchlichster Aussagen, die Vernehmung haben, abbrechen müssen. So viel zur Validität Ihrer Aussagen. Insofern, meine Damen und Herren, müssen wir uns jetzt – ja, ich weiß, es tut weh, Herr Krischer, aber Sie müssen das ertragen. Sie können mit der Wahrheit nur schwierig umgehen. Heute müssen Sie erst noch einmal. Was lernen wir daraus? Wir haben hart gearbeitet. Wir haben das Thema in die Öffentlichkeit gebracht, mit großer und auch berechtigter Kritik. Wir haben insofern auch dazu beigetragen – das haben wir vorhin auf die Diskussion zu einem Antrag von Ihnen hingewiesen, die wir vor eineinhalb Stunden geführt haben. Wir haben das Thema umweltverträgliche, klimafreundliche Mobilität stärker beleuchtet. Das muss man konzedieren. Dazu hat eben auch dieser Untersuchungsausschuss beigetragen. Und wir müssen daraus jetzt die richtigen Schlüsse ziehen. Im Übrigen ist der richtige Schluss nicht – das muss man in aller Offenheit sagen – alles auf Elektromobilität setzen. Das wäre grundverkehrt. Ich bin ein großer Freund von Elektromobilität dort, wo sie Sinn macht. Aber lassen Sie uns bitte gemeinsam frei von ideologischen Scheuklappen eine Betrachtung machen, wie es der Fachmann sagt. Ich habe mir das noch einmal aufgeschrieben – cradle to grave, also sozusagen von dem Bau des Mobilitätswerkzeuges bis zur Entsorgung, bis zur Verschrottung. Und da ist es leider immer noch so – und das wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht ganz anders werden –, dass die Elektromobilität in Teilbereichen Lösungen anbietet, aber eben nicht in allen. Und da müssen wir alle gemeinsam darauf schauen. Und, meine Damen und Herren, am Ende des Tages sollte sich dieser Untersuchungsausschuss mit einem von Ihnen behaupteten widerlegten Staatsversagen beschäftigen. Hat die Bundesregierung versagt? Hat der Bundesverkehrsminister versagt? Die klare Antwort – und auch das ist heute imposant herausgearbeitet worden – ist Nein, eben nicht. Warum und woran kann man das festmachen? Und damit will ich dann auch relativ bald zum Ende kommen. Aber lassen Sie mich einige Punkte aufzählen. Es ist umgehend eine Taskforce einberufen worden. Es ist umgehend ein Vorstandsvorsitzender, ein damaliger Vorstandsvorsitzender, zu einem Gespräch eingestellt worden, in dem Moment, in dem das Aufsichtsratsmitglied Ministerpräsident ist, weil er immer noch auf seinem Sofa zu Hause saß. Wir haben das KBA gestärkt. Wir haben das KBA mit finanziellen Ressourcen ausgestattet, damit eigene Untersuchungsgeräte angeschafft werden können und eben auch Untersuchungen im Feld durchgeführt werden. Wir haben den Prozess WLTP und Real Driving Emissions gestärkt, beschleunigt. Wir haben – das ist mir ganz wichtig – das war ein Diskussionspunkt – in der ersten Aktuellen Stunde zu dem Thema, am 25.05.2015. Wir haben das Thema Hinterlegung und Offenlegung der Motorsteuerungssoftware. Das haben wir hingekriegt. Das war eine Forderung aus dem Parlament. Die hat die Regierung sofort aufgenommen und umgesetzt. Und wir streiten auf europäischer Ebene dafür, dass bestehende Regelungslücken geschlossen werden. Da müssen wir noch am Ball bleiben. Da muss noch nachgeschärft werden. Und, meine Damen und Herren, wir müssen den Fahrzeug eignen. Nicht Steine gräben, sondern Brot. Und auch das macht die Bundesregierung. Ich finde es außerordentlich lohnenswert und vernünftig, dass es zu Nachrüstungsüberlegungen bei Euro-5-Fahrzeugen kommt, dass man dort darüber Gespräche führt, dass man in Bayern vorangegangen ist. Auch Respekt für die Leistung Ihres Bundeslandes. Und insofern sind wir auf einem guten Weg. Und dann hat – und dann – Mensch, Herr Gastel. Gucken Sie mal. Herr Gastel, jetzt, ehrlich gesagt, wenn einer in diesem Saale heute am besten – es ist schön, dass Sie jetzt da sind – aber heute am besten nicht sagen sollte, dann sind Sie das. Weil wir alle davon ausgegangen waren – und ich sehe mich getäuscht, dass Ihnen Ihr grüner Ministerpräsident die Sachverhalte erklärt hat. Es hat leider nicht gefruchtet. Trotzdem vielen Dank für die spannende Diskussion. Als nächster Redner in dieser Aussprache hat Arno Klare für die SPD-Fraktion das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.